Ich will nicht auf der Welt sein. Jens, Frauen sind schon was, ne? Grüß mal deine Mutti. Grüß mal deine Mama in Wixhausen. Hier, zum Wohl erstmal. Zum Wohl. Hallo, Maja. Maja hat Gangster gesehen in Tegut. Maja, du hast schon ein bisschen Videos gesehen von mir und Jens, ne? Bei Youtube. Ja. Und, gut, lustig. Das ist mir echt noch. Das ist mir echt noch. Akku fast leer. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Sendezeit für Gangster. Gangster, erzähl mal was. Wird mehrwert für die Fans, für unsere Community. Ich bin Michael Myers. Ich kenne ihn ganz. Jens Blöde beim Tugbörse spenden am Marktplatz und dann Kubo Brunnen von Hessen FKK machen. Mit Mörderspinnen. Ich hab Ruzilla und King Kong an Bord. Ich bin durchschweite meinen Prümmungsungszwanz. Was ist der, gell? Du darfst umgekommen. Wie macht das Einhorn? Wie macht das Einhorn? Du darfst umgekommen. Und Teguila ist dein Lieblingshund, ne? Teguila ist der Lieblingshund vom Gangster. Teguila, aber mach dein Gangster jetzt verrückt. Mit deinen Fick-Attacken da. Ich darf so schwul werden. Ich will immer ficken beim Gangster. Gangster-Fick. Das ist der Gangster-Hit. Wir hatten letztes Jahr mal ein Video am Schloss vorne getreten. Mit dem, wie heißt der? Weiß gar nicht mehr wie heißt. Keine Ahnung. Das war Gangster-TV. Und Meier. Ich hab heute Glück gehabt bei Wettbüro spielen. Bayern gewinnt 3-0. Und Manchester hat Handicap-Sieg 4-1 gewonnen. Mit 4 Euro hab ich 20 Euro gemacht. So, ich mache 5x mehr. Ich habe noch eine. Ah, du hast gewonnen? Ja. Oh, congratulations! Das ist nicht so. Das ist nicht so. Aber diese Wettbewerbung mit 2007 Euro kommt nicht. Du bist jetzt auch ein Model, oder? Du bist jetzt ein Model, oder? Ja. Du bist jetzt ein Model, oder? Du bist jetzt ein Model, oder? Du bist jetzt ein Model, oder? Ja. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Mach das nochmal. Gangster, die Maja ist jetzt auch ein Model, so wie du. Du bist ein Model von Darmstadt auch. Aushängeschild Model, oder? Gangster, was ist in letzter Zeit so ein Lied, was du gerne hörst? So ein Robo? Michael Myers. Das ist so ein Schauspieler. Ja, was ich gerne mag, ist Falco. Palmen! Die MOP Meshout Posse. Plassé, Plassé ist geil, oder? Sex mit Tieren ist geil. Animal Sex, oder? Jens Plöt war jetzt gut, Lass man spenden am Marktplatz, und jetzt geht er an die Gruppe, kriegt von Hessen... Der Louis aus Plastik! Ein mehr aus Benzin! Und der Gangster, der lässt es nicht! Ich bin Jens Plöt, geht gut, Lass man spenden am Marktplatz, und dann an die Gruppe, dann zu Hessen RKK machen. Ich bin ein Kritter, das weiß noch keiner. Oder im Schirr der Scharke, 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 Scharke. Die Kranichsteine sind die coolsten. Die Kranichsteine sind echt die coolsten. Kennst du die Kranichsteine? Die Kranichsteine sind cooler als die Eberstädte. Hummersuppe! Lachsfilet! Hummersuppe! Lachsfilet! Tafel! Hummersuppe! Frankfurter Hof! Luxusessen! Mit Hartz IV! Fünf-Sterne-Suite! Fünf-Sterne-Suite! Warum bist du so laut? Ich bin laut! Du willst du etwas Aufmerksamkeit? Nein! Ja! Wenn du meine Aufmerksamkeit hast, dann brauchst du nur meine Aufmerksamkeit! Ja, wirklich! Ja, wirklich! Vielen Dank für die Blumen! Vielen Dank wie lieb von dir! Es blühen rote Gangsters hier in unserem Revier! Der Gangster Jens, der ist heute mit dem Benzer wieder hier! Die Tequila und der Gangster, die sind bei meinem Channel! Jeden Tag am Start! Oder? Zum Wohl! In diesem Sinne, wenn ihr mehr Videos von Gangster und mir sehen wollt, macht einen Daumen hoch! Push den Channel, teilt das Video! Und checkt doch mal einen Insta-Account aus bei TV! Gangster und Applauze! Gangster Jens und Jens Blöd beim Blutballverspenden und dann an Kubo-Prinz von Hessen FKK machen mit Animal Sex! Er liebt Sex mit Hunden! Das macht er noch! Mario sagt Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao! Ciao!